Djeris bis 1921 Welke Djeris ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 18 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Radekralove und gehört zum Okeres Jitschien. Geografie Djeris befindet sich im nordböhmischen Tafelland an der Bystries. Durch den Ort führt die Eisenbahnstrecke zwischen Radekralove und Jitschien. Nachbarorte sind Kloomek im Norden, Wutuz und Skala im Nordosten, Zenis 2.0 im Osten. Zeret Vitschenat Bystrizi und Dolni Cernutki Trebovetis im Südosten, Rasin im Süden, Trebenau Sevis im Osten sowie Schwalina und Bresovice im Nordosten. Geschichte Archäologische Funde weisen eine Besiedlung des Ortes in der Jungsteinzeit und Bronzezeit nach. Im 13. Jahrhundert entstand eine Feste. Der Ort Djeris wurde 1369 als Sitz der Wladigen im RZ Acker und Zedenko von Djeris erstmals urkundlich erwähnt. Die Herren von Djeris besaßen den Ort ca. 200 Jahre. 1384 wurde in der Kirche ein Pleban eingesetzt. Nachdem Johann und Maria Magdalene von Hildbrand 1665 die Herrschaft Djeris erworben hatten, ließen sie die Feste zu einem repräsentativen vierflügeligen Schloss umbauen. 1748 wurden Johann Daniel von Gastheim und Maria Theresia, geborene von Paar, Besitzer von Djeris. Nach Gastheims Tode erbte dessen Neffe Johann Wenzel von Paar den Besitz. Er ließ das Schloss barock umbauen. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Welke Djeris ab 1850 eine Gemeinde im Bezirk Radekralove. Während des Deutschen Krieges lag Welke Djeris 1866 am Rande des Schlachtfeldes der Schlacht von König Gretz. 1874 kaufte Karl Freiherr von Gagern das Schloss und den zugehörigen Großgrundbesitz. 1886 brannte das Schloss aus und wurde wieder aufgebaut. Dabei wurde es im Neorenaissance-Stil ausgestattet. 1887 kaufte der industrielle Josef Hanei aus Rockhiednis das Schloss. Ab 1900 gehörte die Gemeinde Welke Djeris zum Bezirk Novapaka und kam in den 1930er Jahren zum Okras Horeis und 1961 zum Okras Jitschin. 1921 wurde die Bezeichnung Welke aus dem Gemeindenamen gestrichen. 1924 wurde Josef Wozennel von Preetmierzitze Besitzer des Schlosses. Gemeindegliederung Die Gemeinde Djeris besteht aus den Ortsteilen Dolni Cernutki und Djeris. Sehenswürdigkeiten Schloss Djeris mit Schloss Park Der Renaissancebau mit achteckigem Turm entstand 1665 für Johann von Hildbrand. In den Jahren 1760 bis 1780 wurde es barockisiert und 1886 nach einem Brand wieder aufgebaut. Kirche der HL Maria Magdalene errichtet 1787 anstelle eines gotischen Vorgängerbaus. Söhne und Töchter der Gemeinde Antonin Beloubek, tschechischer Chemiker August Josef Beloubek, tschechischer Chemiker, Bruder von Antonin Beloubek.